ja hallöchen seid herzlich willkommen zu einem weiteren video von omd2 heute auch wieder professionell ich mache das jetzt einen ganzen monat lang mal sehen wie es bei euch ankommt intro wird später folgen muss ich noch erst erstellen lassen und ja wir haben linie da angenommen wie ihr sehen könnt linie 2 nach bf neustadt von der schule vom los wolfgang brand schule wir sind auf der map neustadt und ja zeig euch mal kurz der bus der hammer dass der a31 glaube ich der mann a31 könnte das sein nein zieht die a31 und ja hammer aus muss ich wirklich sagen fährt sie auch glaube ich super wir machen mal die elektrizität mit er an dem motor mit dem hammer hört ihr das das war wunderschön wie lange der motor braucht um anzugehen okay wir geben das mal oben ins ibis ein hier war die zwei das heißt denn die route war das in zwei glaube ich genau pf neustadt perfekt alles eingegeben ist auch diesmal wieder mit ansagen und ja jetzt werden kann rein machen ein bisschen licht an und fand schon mal voraus die zeit ein bisschen vor wir haben 5 42 abwarte macht 45 aus hätte jetzt leider nicht sehen kann so fertig perfekt vorgespult da steigen sagen guten tag guten morgen sie haben alle gut gefrühstückt weil das wird keine leichte fahrt werden auch in einer minute am ab aber ich war einmal ein bisschen früher los dass sie pünktlich bleiben wir machen jetzt schon mal die schatten dicht und fahren ganz entspannt ihr könnt die ansagen genießen ich habe viel spaß bei der fahrt nächste haltestelle der kommt schon da vorne hallo guten morgen Guten Morgen. Jetzt nach links? Ja, oder? Genau. Links kommt nichts, rechts sehe ich schlecht, aber es kommt auch nichts. So, dann müssen wir rechts lang, weil wir hier am roten. Wir wollen jetzt auf der Haltestelle. Nächste Haltestelle, Lutherstrasse. Ich persönlich würde es freuen, wenn ihr dieses Video liken würdet. Wenn ihr diesem Video euer Kommentar hinzufügen, zufügt. Und einfach mal das Video auch einfach teilt an eure Freunde. Oder wenn ihr Bock habt, das Video anderen zeigt. Das würde mir persönlich sehr weit helfen. Wenn ihr das Video habt. Hallo. Guten Tag. Wollen wir diesmal bin? Ja. Das braucht immer, ein bisschen, bis ihr beschleunigt. Aber dafür ist er Hammer. Die Fahrzeuge hier, die immer fahren, die sind aber auch nicht ganz dicht. Manchmal beim Abbiegen eine Bremse einfach, ich kann das überhaupt nicht verstehen, aber okay, dann muss man sich ungewöhnen. Hallo, hallo, hallo. Weiter geht das. Der blinkt schon mal, deswegen dürfen wir jetzt schon mal bebranzen. Der braucht so langsam, bis er um die Kurve kommt. Dann wird langsam der um die Kurve fährt. Nächste Halterstelle, Rheingartener Straße. Dann wird jemand raus. Wie ihr den Bus und die Map finden könnt, drücke ich euch natürlich in die Videobeschreibung ein. Nächste Halterstelle, Liesenstraße. Ich kann sagen, ich bediene dich manuell. Ich sage es zwar nicht selber an, aber ich muss immer wieder neu umschalten. Ein bisschen stressig, aber hat auch so seine Vorteile. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Weiter geht's. Boah, fällt der scheiße. Dann bräuchte euch. Alles easy. Nächste Halterstelle, Geranienweg. Könnt ihr alle beiden Geranienweg aussteigen, wenn euch mein Fahrst ihr nicht passt. So, dann wollen wir mal hier halten. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Und weiter geht es. Sorry, dass ihr meine Tasten immer hört. Ich kann sie alle nicht abstellen. Aber ich muss ja irgendwie den Bus bieten. Guck mal mal ein bisschen Gas geben hier. Nächste Halterstelle, Andreasenstraße. Wie ihr sehen könnt, die Map lädt noch ein bisschen nach. Das kommt zwar immer so, das wisst ihr ja. Morgen. Guten Morgen. Ist alles frei da? Ja. So. Ihr könnt ja in die Kommentare reinschreiben, was ihr noch sehen könnt. Nicht von den Spielen her. Sondern generell mit Vorspann, Abspann. Es wird rot. Ui. Sorry. Mit Vorspann, Abspann, mit Intro und Eindruck und anderen. Was ihr gerne sehen wollt. Wollt ihr in den Kommentar reinschreiben. Ich werde das eine Woche lang machen. Achso. Wir sind ja. Okay. Cool. Hier sind die ganzen Büsse aufgelistet. So seien die Büsse damals so. So seien die Büsse damals so. Von rechts nach links sind sie aufgeteilt. So 1924 sah der erste Bus so aus. 30 so weiter und 50. Und am Ende ist das dieser Bus von 2015. Bin ich cool gemacht. Der Bus sieht auch Hammer aus. Muss ich wirklich sagen. Was ist das denn? 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 Hallo. Oh. Ne. Hab ich nicht. Verdammt. Jetzt hab ich mal eine Haltungsstelle ohne Ansagen. Da hab ich nie aufgepasst. Nächste Haltungsstelle. Merklergast. Oh jetzt richtig. Nächste Haltungsstelle. Heinrich Harzpark. Heinrich Harzpark. Bleib stehen. Wecken. Es waren 10 Paar Streifen, aber trotzdem müssen sie stehen bleiben. Wenn es kommt. Kann nicht so schnell halten. Hallo. Guten Tag. Ich bin schon wieder hier. Ich hab mir etwas vor. Ich versuche esoeinander. Das war alles. Oh, mein Gott. Hier bin ich dran. Oh. Oh. Oh, ich hab'se... Oh Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Nächste Halterstelle, Neisser Strasse. Ganz entspannt bei 30 mit 5 Sekunden. Du kannst auch umgehen. Die Sonne, die blendet. Ich mag es nicht, wenn die Sonne blendet. Die Schlöpzeichen müssen fassen. Vielleicht so ein wenig ins Portrait. Guten Tag! Guten Morgen! Schönen guten Tag! Hallo! Bitte einsteigen! Guten Morgen! Oh, der Bus ist gut gefüllt! Bleib stehen, bitte! Bitte, 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 bitte! Perfekt! Man kennt das ja so, wenn jemand einen Halterwunsch hat, dass sofort die Ansage loskommt. Bei mir ist es so, die Ansagen kommen erst, wenn man gleich was bei der Halterstelle bin. Der fährt ja toll! Wegen der Sonne habe ich die rote Ampel fast übersehen. Meine Güte! Ein bisschen Sonnenblende runter machen. So kann ich doch auch anständig was sehen hier. So kann ich doch auch anständig was sehen hier. Ich hoffe, ihr wart alle schön in der Kirche. So will ich das nicht? Das ist sehr schön, denn jetzt schädig. Ich helfe 80 Meter. Es ist sehr schön. So kann ich die Selle nicht gingen. Nein. Ich helfe das nicht. Bis zum nächsten Mal. Okay, der Langer wird einfach so vergrägt. Das ist nicht so. Nächste Haltestelle, Gemeindeplatz, Umstiegsmöglichkeiten zu den Linien 2, 4 und 5. Wenn ihr sehen könnt, Umstiegsmöglichkeiten muss vielen nachladen, dann könnte es einige Male auch ein bisschen ruckeln. Och man, Jungs, wollt ihr nicht verarschen? Wieder rot. Wir haben Verspätung sogar noch. Immer wenn ich halte, muss es grün. Immer wieder das Gleiche. Dann lassen sie ihn noch nicht mal einfahren. Einfach rüberfahren, als ob nichts wäre. Wir müssen. Bitte einsteigen. Hallo. Guten Tag. Guten Morgen. Ich habe das ein bisschen blöder gemacht, dass er so lange braucht, bis er auf den Turm kommt. Aber okay. Immer wieder rot. Und anscheinend gibt es für die kommende Haltestelle keine Ansage. Schade. 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 Wie, Umleitung? Wann gibt es denn hier eine Umleitung? Einmal eine Umleitung hat eine ganz große Klasse, wo war ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet? Wir müssen, glaube ich, hier. Bleib stehen, bleib, sitz, aus. Ich muss hier rein. So. Guten Tag. Hallo. Bitte einsteigen. Hallo. Hallo. Fast eine Minute verspät und malt euch mal. Hallo. Das liegt auch daran, dass der Bus ein bisschen entlang ist. Aber ich hoffe, da ist gut. Ach, da kommen welche. Gas. Den kann ich uns gleich noch vor den LKÖ schaffen. Ah, Gulenfaser, die muss man nutzen. Der hat mir jetzt nicht vor, reinzudrehen, oder? Ich will sofort aussteigen. Was macht der denn da? Der fährt in mich rein? Habt ihr das gesehen? Der blinkt zwar, aber Kollege, wenn ich ihn nicht will, dass du fährst, dann hast du stehen zu bleiben. Herrlich, er ist wieder Bombe hier. Jungs, 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 Jungs. Herrlich. Wahrscheinlich hätten wir da vorne rechts gepusst, ja. Lass dir jetzt einen falschen Ort aussteigen. Halt im Amt. Nur bei diesem blöde Fahrzeug. Aber egal. Die Linie ist hier zu Ende. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.